was geht ab heute zack ich ein bisschen waterfootball das ist ultimate team so weit ich weiß er ultimate team sage ich schon fifa street so weit ich weiß ich nehme mal hier den tappen normal so athletik naja größe ist ich bin aber nicht 188 groß einfach ein hm 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 gameplay natürlich stürmer mitte mitte ne ach das ist ja street genau ja es geht ab bei dem wie der schielt also kommt das ungefähr hin outfits was gibt es so bei outfits mit schuhe boah man weiß gar nicht was für schuhe gehen soll das tust gar nichts und jetzt animation situation jub 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 knie gefickt es geil naja naja ja moin direkt übertreiben ja moin der ist geil der wurm ja ich glaube schaffeltanz am meisten aus dem handgelenk lassen so was gibt es jetzt hier freistoß die die kennt man ja schon samba die standard dinge zehn spitzen auf meter ja das lassen wir auf ganz ruhig zur laufstil ja ich glaube das ist mit eins der geileren legende legende story starten und 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 ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 I'm pushing, I'm pushing now, until I am good enough, until I am full enough, don't lie enough. Echt jetzt? Mann! Der Ball war weg! Normales Defensivspiel, das nennt man Fußball. Du bist nur sauer, weil ich dich getunnelt hab. Schon wieder! Hey, du tust so, als wär ein Tunnel ein Tor. Echt jetzt? Jedes Mal? Weil er ständig Streit sucht. Selbes Team! Wir sind zum Spielen da! Spielen! Leute, Leute! Wer ist das, bitte? Müsst du dich verlaufen? Willkommen bei J10. Ravi, bis spät dran. Na los. Los geht's. Erstes Spiel. Ich weiß nicht, worüber ich jetzt reden soll, deswegen mach ich irgendwas. Hacke zu Hacke und dann spiel ich ihn noch gleich rüber, rüber. Aber da steht keiner, wo Lügen haben. Oh ne, ich diga. Fuß vorstellen scheiße, ne? Das fickt mich manchmal richtig. Aber jetzt. Saito. Ich bin hier rüber zu King. The ID King number 75. Juhu, Superparade. Also gut, das war's. Gute Session. Aber da fehlt leider noch einiges. Sechs Monate. Mehr haben wir nicht mehr, um uns für die WM zu qualifizieren. Komm schon, Jay. Wer ist besser als wir? PSG? Genau so denkt jedes andere Straßenteam, mit dem ich je gespielt hab. Man muss sich den Respekt hier verdienen. Reden könnt ihr. Aber eine Einladung nach Buenos Aires haben wir nicht. Die ist unterwegs, Mann. So ist es, Big T. Okay. Wo willst du hin? Oh, äh, ich wollte dem Neuzugang was zeigen, aber das solltet ihr alle sehen. Jetzt. Das ist die Stimme von dem Latino in, ähm, Tote Mädchen. Oder nicht? Toni. War das? Ja. Ja, moin. Ey, wenn man das auf den Dings kann, war das von Jubehück hier. Vinicius Gita. Okay, die sind echt gut. Ja, und dieses Niveau müssen wir haben. Diese Rentner mache ich im Halbschlaf platt. Nicht in den Dingern, Mann. Retro ist cool, aber in denen brichst du dir das Bein. Für meine Füße sind die perfekt. Dude, die sind perfekt kaputt. Die meisten von euch setzen viel zu sehr auf Style. In den Schuhen tunnele ich jeden von euch. Hey, Peter! Pete! Du hast krasse Skills, deshalb bist du hier, aber das ist kein Eins-gegen-Eins, Mann! Diese Legenden, die sind schon seit Jahren an der Spitze. Die spielen wie ein Team. Hör zu! Tricks und Skills sind nutzlos, wenn man mit ihnen kein Spiel gewinnt. Wer hier berühmt werden will, der muss gewinnen. Ganz einfach. Also lasst uns in dem Lokal-Turnier gleich damit anfangen. Okay? Dann los! Hör, springen. Ja, aber die Sekonstimmen, die hier benutzt werden, sind mir alle voll bekannt. Bobby? Big T? Na klar! Peter? Sid? Du bist im Tor. Ja, hier geht's. Und wir haben noch eine Position. Das war eine schwere Entscheidung. Aber unser letztes Teammitglied fürs Turnier ist... Ravi, bist dabei. Glückwunsch! Alle anderen strengt euch weiter an, ihr kriegt eure Chance. Okay? Sehen so die neuen Weltmeister aus? Was meinst du? Klar, bleib hinter der Kamera, dann schaffen wir es nach Buenos Aires. Oh Mann! Ich denk dabei an dich, Jay. Sorry, Sid ist talentiert. Ja, aber hat sie auch die Kondition für die Weltspitze? Was hast du gesagt? Es spricht. Ich werd noch ein bisschen mehr machen. Komm schon, wir sind ein Team. Hey. Sid spielt. Sie ist der beste Keeper. Punkt. Außerdem ein Freund von dir. Ja. 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 Der Raum ist zu klein für sein Ego. Glashaus, Steine. Nein. Was ist mit dir, Mann? Wie siehst du das? Zeigen wir der Welt, was wir drauf haben. Danke. Boom. por, Bo like. Also, wir kommenagentiene.